Was geht up, friends? Und herzlich willkommen zur dritten Episode von Little Hope. Und wir werden heute genau da weiterspielen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Ich möchte auch gar nicht so viel quatschen. Falls ihr jetzt hier reingeschalten habt und euch denkt, oh, Moment mal, die Folge habe ich noch gar nicht gesehen, dann klickt hier oben auf die Playlist oder geht einfach auf mein Profil und dann könnt ihr euch nochmal die erste Episode und die zweite Episode anschauen und dann könnt ihr hier zurück zur dritten Episode. Denn wir spielen da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Macht euch Kopfhörer ins Ohr. Und ich meine, ihr könnt euch ja noch erinnern, was letzte Episode passiert ist. Wir sind da durch diese Straßen gelaufen, alles voller Nebel und dann diese Brücke, wo auf einmal der Typ mit dem Fahrrad kam. Und jetzt spielen wir gerade, wie heißt er, Daniel. Und wir spielen genau da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Macht es euch bequem, Freunde. Lehn euch entspannt zurück und genießt das Video mit mir. Und holt euch natürlich den. Das hier war wohl mal ein Laden oder so. Ein oder anderen Snack. So, untersuchen. Ich habe die Kamera jetzt auch endlich mal richtig positioniert. Das heißt, ich kann jetzt endlich mal richtig lesen, was auf der rechten Seite steht. Machen wir das mal zur Seite. Hier drüben, schau mal. Ui. Hoffnung für Little Hope. Die Carvers wollen, äh, wollen. Die Carvers wollen die unleserlich Fabrik schließen und das Grundstück unleserlich. Unleserlich würde zur Folge haben, dass unleserlich und die Gemeinschaft zugrunde richten. Die Gewerkschaft hat ein Angebot gemacht, um die Fabrik und unsere Stadt zu retten. Bitte unterzeichnen Sie unsere Petition, um die Familie Carver zu überzeugen, das Angebot der Gewerkschaft anzunehmen und ihre Entscheidung zu überdenken. Weitere Einzelheiten erfahren Sie bei den Mitarbeitern des Postamts oder im Rathaus. Einwohner für Little Hope und Tlua Local 618. Alles klar. Ja gut. Hallo? Warum läuft er so komisch? Warum läuft er so nah an der Wand? Was ist das? Guck mal, hier gibt es auch lauter Sachen. Ey Junge, warum läufst du so komisch? Okay, was haben wir hier? Weiß ich noch nicht. Ja, schieb... Gut. Klettern. Aber warte mal ganz kurz. Noch nicht klettern, weil da war doch noch was. Nein? Doch hier. Stopp. Ach, wir könnten auch hier hochklettern. Ne, lass uns das nehmen, was wir da gerade hatten. Lass uns hier hochklettern. Ich versuch's zu öffnen. Ja, mach das mal. Ich hab's, ich hab's in den Kommentaren gelesen, hat jemand geschrieben. Warum, äh, ich glaub es war in der ersten Folge in den Kommentaren. Dass alle so rumstöhnen die ganze Zeit. Und das ist jetzt hier schon wieder. Echt jetzt? Ja. Du willst da rein? Äh, Vorsicht, ich geh zuerst rein. Ja, das hat sich doch gut an. Rein, seh mich um. Ist die Luft rein, mach ich die Tür auf. Hier draußen allein zu warten, gefällt mir nicht. Ja, komm doch mit. Neulich. Sei kein Baby oder ich beeil mich. Beruhigen. Ich beeil mich auch. Wenn irgendwas passiert, schrei einfach. Dann komm ich. Wuhu. Okay. Mach ich. Brauch dein Handy. Wofür? Licht. Ist dunkel da. Bitte beeil dich. Dann gehen wir da mal rein. Bin drin. Alles gut? Glaub schon. Jetzt mach schon. So, einmal öffnen. Taylor, die Tür geht nicht auf. Okay, ich suche einen anderen Weg. Sorry. Aber wir können die Tür nicht aufmachen, Taylor. Es ist, wie es ist. Mehrere Wege, die wir nutzen können. Gibt's auch noch dort. Ja. Ein bisschen creepy hier drin. Wer oder was ist da? Lassen wir den Herzschlag simulieren. Okay. Wer war da gerade? Hm. Hallo? Hallo. Wer ist da? Bestimmt nur ein Tier. Wetten? Ist da eine Ratte oder so? Komm mal nicht durch. Dieser Center ist zersperrt. Erschrocken. Das ist doch eine Ratte, oder nicht? Wie ist es da drin? Ja. Ich glaub, das ist... Hier sind Ratten. Hab Gesellschaft. Von einer Nagetierfamilie. Äh. Ruhig. Die sehen satt aus. Hier und vor. Wir treffen uns da. Geht klar. Also, ich bin ja mal gespannt, ne? Wo das Ganze hinführt. Bis jetzt... Moment. Bin gleich da. Was klopft die denn die ganze Zeit so rum? Was ist los mit der? Untersuchen? Komm schon. Wir brauchen mein Glück. Glaubst du nicht im Ernst, dass das funktioniert, Bruder? Was ist das? Schnapp es dir. Number one dead. Bester Papa. Okay. Nehmen wir mit. Warum nicht? Ist da sonst noch irgendwas? Nein. Äh. Nein. Sieht nicht so aus. Ich bin gespannt, wo das Ganze hinführt. Bis jetzt gab es ja noch keine Möglichkeit, dass jemand stirbt, nehm ich mal an. Außer wir haben irgendetwas getan, was es später beeinflussen wird. Aber bis jetzt ist ja noch alles in Ordnung, würde ich mal so behaupten. Gehen wir mal nach hinten zu der Tür, oder? Ganz ruhig. Ich komme ja. Ich spinne aber auch. Was will die die ganze Zeit mit dem Umgeklopfe? Übertreib mal nicht. Wir kommen doch schon. Sie tut so als... Keine Ahnung. Ja. Diese miese Ratte. Ah! Oh, und wie ist die denn da? Vergangenheit. Die Tür ist zersperrt. Das ängstigt dich. Sprich. Was ist es? Sie kommen mich holen. Ruhige dich, Wal. Wer kommt dich holen? Es gibt Gerede. Bezichtigungen. Bezichtigung? Welcher Art? Es heißt, ich sei mit dem Teufel im Bunde. Ich sei der Hexerei schuldig. Bloß unsinniges Gewäsch. Wer spricht solches? Ich... Ich kann es nicht sagen. Äh... Weggehen oder stellen? Stellen. Bleibt wo ihr seid. Schön. Aber was ist hier los? Wieso bin ich hier? Und wo zur Hölle ist hier? Schreibt still. Wie ist dir von den Gerüchten über mein Weib, Amy? Äh... Gerüchte? Gerüchte? Öffnet die Tür, Joseph. Sofort. Genug der Torheiten. Sagt mir alles, was ihr wisst. Wer zur Hölle bist du? Ich habe ein Mädchen gesehen. Äh... Ich habe ein kleines Mädchen gesehen. Erzählt von ihr. Ein Pastor war bei ihr. Bei ihr... ...war ein Pastor. Reverend Carver? Der jetzt vor unserer Türe steht? Hm. Mary. Ach, was Mary. Mary? Mary sah mich gestern im Walde. Ich ging allein meinem Tagwerk nach. Es ist noch nicht alles. Mein Tadel missfiel ihr. Vielleicht schmälte sie mich. Sie ist böse. Die Gerüchte sollen Marys Werk sein? Sie ist ein schwieriges Kind, sicher. Aber nicht böse. Joseph, öffnet, oder es ergeht euch schlecht. Stellt euch nicht gegen uns. Was können wir tun? Ich kläre das. Du hast mein Wort. Lass sie nicht herein. Reverend Carver? Marshal? Ich habe ein rechtsgültiges Dekret für Amys Verhaftung. Mein Weib tat nichts Falsches. Eine Zeugin hörte sie in Zungen reden. Wer ist diese Zeugin? Mary. Das Wort eines Kindes verdammt mein Weib? Begebt euch in die Hände des Marshals zu eurem Wohl. Dann gehe ich mit ihr. Ich lasse sie nicht allein. Solches Tun wird eurer Gemahle nicht helfen. Vertraut dem Recht. Fürchte nichts. Ich werde diese Sache klären. Das ist halt crazy, weil das sind ja einfach die Charaktere, die jetzt auf einer Neuzeit sind. Das eine ist die Studentin und das andere ist ja der Professor. Und es geht auf jeden Fall um Hexen in dem Spiel. Um Hexen. Wo zur Hölle warst du? Du siehst ja ganz verstört aus. Du hast noch was gesehen, oder? Sie konnten mich sehen und hören. Ich habe John und Angela gesehen. Das glaubst du mir nie. Da waren zwei, die aussahen wie der Professor. Und Angela. Mann. Ich dachte, John verschaukelt uns bloß mit seinem Märchen von Angelas Zwilling. Sie wirken wie ein Ehepaar. Auch mich wirken sie wie ein Ehepaar. Der zweite John und die zweite Angela waren ein Paar? Was für eine verrückte Scheiße geht hier ab? Das wüsste ich auch gerne. Wir haben es verbockt. Anstatt diesen beschissenen Ort zu verlassen, sind wir wieder mitten in der Stadt gelandet. Was ist das? Hey, ich will wissen, was das war. Das erfahren wir wohl erst später. Little Hope, Polizeiwache. Was meinst du? Sehen wir uns um. Sehen wir uns um. Vielleicht finden wir was. Sehr gut. Wir werden bald aus Little Hope raus sein, während die anderen immer noch im Wald herum irren. Was für ein Loch, selbst für diese verdammte Stadt. Was ist? Ja, das Ganze hier kommt mir seltsam vertraut vor. Hast du uns eine kriminelle Vergangenheit vorenthalten? Geh-Steig-Bulli? Kleinstadt-Polizeigebäude sehen alle gleich aus. Irgendwo muss hier ein Telefon sein. Suche ein funktionierendes Telefon. Alles tot. Wie überall in Little Hope. Untersuchen. Wow. Diese kleinen, gemeinen Jumpscares immer wieder, gell? Aber ich mag das von der Optik. Also ich finde es cool. Mir gefällt das. Gibt es hier irgendwas noch? Nein? Hier nicht? Nein, sieht nicht so aus. Okay. Raus aus diesem Zimmer. Suche ein funktionierendes Telefon. Das werde ich. Wo sind die beiden? Die sind da hinten. Okay, dann gehen wir mal hier in die Richtung. Ah ne, hier ist eigentlich jemand. Hallo. Wer ist das? Angela. Ist ja relativ groß hier. Warte mal. Hier ist irgendwas an der Wand. Old Witchgoal. Alter Hexenkerker. Gebaut 1684, abgerissen 1783. Während der im Jahr 1962 stattfindenden Hexenprozesse in Little Hope, wurden viele der Beschuldigten hier eingesperrt. Oha. Okay. Interessant. Hier ist eine Tür. Die nicht aufgeht. Die ist gesperrt. Okay. Also hier hat man dann quasi die ganzen Hexen eingesperrt. Man muss sich das mal überlegen, gell. Ihr müsst euch das mal vor Augen halten. Das war halt früher wirklich ein Ding. Mit Hexen. Da hat mal irgendjemand irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Heilkräuter gefühlt gehabt. Etwas muss doch hier sein. Hallo, ganz ruhig. Und wurde direkt als Hexe beschuldigt. Das war schon echt krass früher. Hippie Junk. Was haben wir denn da? TC. Okay. Hippie-Artefakte. Ob das wohl später eine Rolle spielt, TC. Hier ist sonst nichts mehr, oder? Nein. Ja, das muss man sich mal echt überlegen. Das ist halt schon verrückt, wie das früher war. Und dann wurden diese Damen früher ja auch wirklich einfach, das Telefon, einfach ertränkt oder verbrannt. Das war schon echt verrückt. Die Zeit. Ein Telefon. Vielleicht ist das der Ausweg. Probier's mal. Leitung tot. Natürlich. Misst! Hallo. Ganz ruhig. Das ist ja echt albern. Das Kabel fehlt. Irgendwo hier muss doch ein Kabel sein. Können wir das nochmal untersuchen? Hallo. Hallo. Suchen nach einem Telefonkabel. Na, ist klar. Wollen wir mal nach einem Telefonkabel suchen? Hier zumindest nicht. Gehen wir mal raus aus dem Raum. Telefonkabel. Wo findet man normalerweise Telefonkabel? Wo könnten wir ein Telefonkabel finden? Gehen wir mal nach da hinten kurz nochmal. Oder waren wir da noch gar nicht? Ne, wir waren hier doch noch gar nicht. Ne, hier waren wir doch gar nicht drin. Ein Zertifikat. Little Hope Police Department. Gemeinde Little Hope. Auszeichnung an die Polizeistelle Little Hope. Am 16. Januar 1972 haben die Beamten George Reynolds und Ernie Hoffman auf einen Notruf bezüglich eines Brandes reagiert. Sie erreichten den Schauplatz vor der Feuerwehr und stürmten ins Haus, ohne auf ihre eigene Sicherheit zu achten, um die vom Feuer eingeschlossenen Familienmitglieder zu retten. Leider mussten sie vor den Flammen zurückweichen und mehrere Personen kamen umzusetzen. Was war das? Oh mein Gott, war das dreist. Alter, war das ein miese Jumpscare. Oh mein Gott, war das dreist gerade. Ich sollte heute nicht hier stehen. Was hörst du? Eine Frau. Sie klingt verängstigt. Du musst die Person beruhigen. Von hysterischen Leuten erfährt man nichts. Können sie mir sagen, was ihnen fehlt? Dann plötzlich tauchte vor mir ein Mann auf. Mir war Angst und Bange, denn ich hatte ihn nicht kommen hören. Ich hatte ihn zuvor noch nie gesehen sein. Gewandt und die Art, wie er sprach, war mir nicht vertraut. Er sprach und singen, die ich nicht verstand. Ich schwöre, ich weiß nicht, wo er herkam oder was er von mir wollte. Ich verstand gar nicht, was er mir erzählte. Ihr müsst wegkommen, mich bitte auf. Ihr bezichtigt mich verbrechen. Loslassen! Junge. Wo sind denn alle da? Fast alle. Diese Jumpscares. Das ist ein kleines Schalt wieder. Komm, Mädchen. Auf ein Wort. Sprich nicht über unser Geheimnis. Sonst droht dir ewige Verdammnis. Wir haben eine Abmachung, nicht wahr? Kein böses Wort werde ich sprechen. Sprich nur ein Wort. Nur eine Silbe über... ...das andere. Dann werde ich dich heimsuchen, im Dunkel der Nacht. Und meine Abrechnung wird furchtbar sein. Con, Reverend, beginnen wir. Genug Zeit ist schon vertan. Geht zu den Deinen. Ich ersuche das Gericht und Judge Wyman, lasst euch von den Bekundungen der Hexe nicht narren. Der Teufel ist Meister der Täuschung. Seine Diener heucheln stets Unschuld. Das ist ihr Geschick. Ich schwöre feierlich vor Gott, dass ich mir nichts zu Schulden habe kommen lassen. Schweigt jetzt, Amy. Was machen wir bloß? Äh, zögerlich, sehr schön. Wir müssen ruhig sein. Und abwarten, was passiert. Beim Respekt, Reverend Cover. Ich glaube nicht, dass meine Nachbarn, jene, die mich kennen, gegen mich sprechen. Sie wissen, ich stehe auf Seiten der Gerechten. Ihr fangt mich nicht in eurem Netz aus Lügen. Der Teufel lauert stets, wo man ihn nicht erwartet. Sie ist keine Gespiele des Teufels, Reverend. Hoi. Das Gericht vergeben mir. Ich stehe zu meinem Wort. Meine Frau ist unschuldig. Ich ersuche das hohe Gericht, diesem Mann keine Beachtung zu schenken. Sein Heim ist längst vom Gestank des Fegefeuers erfüllt. Äh. Neon. Werter Richter, bringt diesen Prozess unverzüglich zu Ende. Gebt den Mächten der Finsternis keine Gelegenheit, das Gericht ihrem Willen zu beugen. Nein! Mary? Mary, Schwester, was quält dich? Was zum... Halt dich da raus. Was habt ihr hier angetan? Ihr habt ein unschuldiges Kind dem Teufel in die Hände gespielt. Die Ärmste scheint besessen. Das ist euer Werk. Das ist nicht wahr, Reverend, weshalb hasst ihr mich so? Ergründen wir die Wahrheit. Amy, legt die Hand auf Mary. Zeigt uns, was geschieht. Wenn ich recht habe, wird eure Hand sie von dem Bösen befreien. Was quält dich? So muss es sein, wenn sie von euch verhext wurde. Wütend, lasst sie in Ruhe. Lass sie in Ruhe! Wer spricht, der ist da? Wir sind hier unter uns. Gott, schütze uns. So helft mir doch. Wir sind hier unter uns. Dein Meister hilft dir nicht mehr. Es ist zu spät. Habe ich es gerade versaut? Sie sind hier unter uns. Sie sind hier unter uns. Habe ich es gerade versaut? Nein! Als ob sie gestorben ist. Dies nicht Beweis genug dafür, dass der Teufel in Little Hope umgeht. Habt Acht und betet. Der Teufel weilt in dieser Stube. Schützt euch. Er sucht den Herrn. Das kleine Mädchen ist halt besessen. Was zur Hölle war das? War das echt? Sind die Hexenprozesse nicht ewig her? Die meisten über 300 Jahre. Was war das dann gerade? Wie gesagt, ich kann es mir nicht erklären. Ich kann nicht glauben, wie sehr mir diese Frau ähnelte. Zur Hölle ist das nur möglich. Als du mir davon erzählt hast, dachte ich, es wäre ein Scherz oder übertrieben. Aber die Frau selbst zu sehen, war unglaublich seltsam. Merkst selbst, ne? Was denkst du war mit ihr los? Das Mädchen habe ich im Wald gesehen. Das alles war gruselig. Verwirrt. Ich kenne das Mädchen. Angela und ich haben sie im Wald gesehen. Diese Frau, mein Pendant, was passiert mit ihr, wenn sie verurteilt wird? Die Strafe für Hexen in Little Hope war jedes Mal brutal. Gewaltsamer Tod. Ertrinken. Erhängen. Verbrennen. Dann hoffen wir, sie ist oder war unschuldig befunden. Es gab oft falsche Anschuldigungen, motiviert von Missgunst oder von Geltungssucht. Wie bei der Göre. Manchen machte es Spaß, in der Gemeinde Zwietracht zu sehen. Bestimmt. Ich stimme zu. Hast recht. Die Kleine wusste genau, dass sie damit Angela 2 in die Scheiße reitet. Diese Frau, mein Pendant, war völlig verstört, fast traumatisiert. Ja. Es war schlimm, das zu sehen. Ganz kurz. Ich glaube, das war gerade dumm, dass ich das gedrückt habe. Ich dachte, ich stimme allgemein halt einfach dem Fakt zu mit den Hexen und so. Ich wusste jetzt nicht, dass ich da zustimme, dass das Mädchen blöd ist. Das war jetzt ein bisschen kacke, weil das hat sich jetzt irgendwas daraufhin an der Story verändert. Also das war jetzt nicht unbedingt geplant. Ich meine, das Mädchen ist höchstwahrscheinlich besessen. Und da sitzen Dämonen über ihr. Aber, ja gut, jetzt ist es halt so. Ihr Ehemann sah aus wie du. Ja. Mir ist noch was aufgefallen. Ihr Mann? Er sah aus wie du, Professor. Da war noch etwas Seltsames. Die beiden, die die Kleine hatten. Was zur Hölle hat das zu bedeuten? Wer ist da? Hey, Professor! Wo bist du? Komm schon. Gehen wir. Das gibt mir auch so ein bisschen American Horror Story-Vibes. Hey, Taylor! Wir sind hier! Wir kriegen die Tür nicht auf! Kennt ihr diese Staffel? Wir auch nicht! Ist abgeschlossen! Versuchen wir es mit Gewalt! In drei, zwei, eins... Wer macht das mit dem Tür auch? Hi, Professor! Habt ihr was Hilfreiches gefunden? Nichts, was uns wirklich hilft. Nur das hier. Ist ganz cool. Unglaublich! Diesen Schlüsselanhänger habe ich im Traum gesehen. Ziemlich seltsam. Mehr als seltsam. Es bedeutet was. Ich weiß... nur nicht was. Ich hoffe, der Alleingang hat dir gefallen. Ich sag mal, ich ziehe jetzt... auch andere Optionen in Betracht. Schön, dass ihr das lustig findet. Ich denke, wir sitzen in der Patsche. Ja. Du weißt, dein Pendant wurde... der Hexerei beschuldigt. Nicht nur beschuldigt, auch schuldig gesprochen. Und verurteilt. Wir müssen wissen, was der Frau jetzt droht. Was jetzt mit ihr geschieht. Gute Idee. Aber wie können wir das rausfinden? Die Wege kennen wir schon. Vielleicht finden wir Antworten... da, wo wir noch nicht waren. Was soll's? Ich würde ja echt interessieren, was es damit auf sich hat. Das ist doch wahnsinnig. Wir wissen nicht, wo wir da reingeraten. Alles hängen zusammen. Der Prozess, das Mädchen, Angelas Pendant, das alles scheint, irgendwo hinzuführen. Fragt sich nur, ob zu was Gutem oder Schlechtem. Falls schlecht, dann vermutlich sehr, sehr schlecht. Und ab in den Nebel, meine Freunde. Hauptstraße. 0 Uhr 42. Und wir spielen John. Okay, John. Laufen wir weiter. Ja, es ist auch... Der Nebel wird schlimmer. Jetzt red mir doch nicht die ganze Zeit rein. Es ist schon ziemlich interessant. Wie gesagt, das gibt mir so ein bisschen Vibes von American Horror Story. Diese eine Staffel, wo diese Frau diese ganzen Leute auf dem Dachboden gefangen hält. Die kommt ja auch aus so einer ganz alten Zeit. Als Geist immer wieder. Das gibt mir so ein bisschen... Das erinnert mich irgendwie daran. Schwachsinnig. Überrascht mich nicht. Rock'n'Roll... Okay. Das ist einfach ein Plakat für eine Show. Oh! Was denn? Du hast nie was von der Karriere als Gitarrist gesagt. Was zum... Wie ist das möglich? Wir haben ihn ja dann vorher auch schon gesehen. Stand der nicht auch da in diesem Gebäude, wo sie die Frau angeklagt hatten? Ich glaube, das war der auch. Das ist schon interessant, aber mich wird... Bis jetzt ist es noch nicht so ganz stimmig. Ich verstehe es nicht so ganz. Was ist jetzt hier... Warum die so eine frühere Vergangenheit hatten in einem anderen Leben? Sozusagen, ne? Ich bin echt gespannt, wie sich das Ganze aufdecken wird. Vielleicht war der Nebel der Grund für die Umleitung. Wir sollten nie von hier wegkommen. Aktuell checke ich es noch gar nicht. Ich bin echt gespannt. Ich habe auch schon Theorien, aber die will ich jetzt noch nicht raushauen. Da warten wir mal noch ein bisschen. Ich sehe gar nichts. Himmel! Ich erschrecke mich wegen allem, gell? Das Wasser ist schwarz. Damit will ich nichts zu tun haben. Ich auch nicht. Mit dunklem Wasser. Boah. Wenn ich... Wenn ich auf dem Grund sehen kann, schon besser. Aber wenn ich nichts sehen kann... Boah. 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 Wer zuerst. Hm... Professor. Du meinst doch, du hast das Sagen. Also... Mmh... Komm. Selbstsicher. Okay. Sicher doch. Ist das auch sicher? Äh, ist der Buch steht gleich. Der Prof und ich bringen dich rüber. No problemo. Äh, wir bringen dich rüber. Ja, ja, wir kriegen dich schon rüber. Oh, good job. Vor allem, er springt da so albern und der andere kann einfach so einen Step drüber machen. Oh nein, wir sind getrennt, oder? Nein, der Nebel kommt. Na super. War nicht so nice. Hiya! Was soll ich denn da drücken? Ach so, einfach nur so. Eine Krähe. Da kommen wir zum Schluss. Ich wusste es. Aber diesmal bin ich erschrocken. Im Jahre 1692 unseres Herrn sind wir hier, um Zeuge dieser Hinrichtung zu werden. Nein! Amy wird als Teufelsbule schuldig gesprochen und soll als Hexe und Zauberin ertrinken. Beten wir still für ihre Seele. Ich tante nichts Falsches. Ich bin keine Hexe. Ich verdiene nicht die Tucht. Ich bitte euch. Äh. Sag mal, was ich tun kann. Ich hab zu spät gedrückt. Es ist auf Nichtsagen gegangen. Oh nein. Oh nein. Der Teufel ist im Wind. Will den Seinen helfen. Er will ihre Ketten lösen. Isaac, bringen wir es schnell zu einem Ende. Das Urteil muss vollstreckt werden, sonst ist es zu spät. Der Teufel ist mit ihr. Ihr müsst sie festbinden. Ihr könnt das nicht tun. Isaac. Ich bin unschuldig. Verschreckt das Urteil. Hilf mir! Schickt die Hexe zurück zu ihrem Meister, bevor er uns holen kommt. Little Hope ist verloren, verschluckt vom Bösen. Doch nicht wie ihr meint von Hexenberg oder anderen Dämonen. Wir werden von innen vergiftet. Ihr könnt euch mit Rätsel nicht retten. Das ist kein Rätsel. Der Teufel kennt viele Formen. Ihr wisst das sehr wohl. In Little Hope hat er sich im Schleier der Unschuld versteckt. Kommt in Gestalt eines Kindes meines Anklägers. Solange Mary weiteratmet, kann Little Hope keine Erlösung finden. Das böse Reverend. Es ist unter uns. Isaac. Oh nein. Ah. Okay, brutal. Wild. Absolut wild. Es ist halt... Ah. Was ist denn... Ich hoffe nicht, dass Angela jetzt stirbt, weil sie in der Vergangenheit gestorben ist. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Dein Doble ist ertrunken. Man warf dein Pendant gefesselt in den Fluss. Sie ertrank. Ich habe so viele Fragen aktuell noch. Ich habe einfach so viele Fragen noch aktuell an das Spiel. Ist das so ein bisschen wie bei Butterfly-Effekt, bei dem Film? Oder... Ach, ich bin so verwirrt noch. Okay, ich gehe zuerst. Okay, ihr zwei. Kommt hier runter. Ach, ach, ach. So wie ich mich kenne, habe ich wahrscheinlich wieder irgendwelche Quatschentscheidungen getroffen. Das werden wir schon sehen. Oh oh. Das ist sie. Hau auf, verdammt! Oh mein Gott, wen retten wir? Wir müssen eine Person retten. Ah. Also, ich bin gleich bei dir. Es tut mir leid. Es tut mir leid, Angela. Ich weiß nicht, ob es die richtige Entscheidung war. Greif nach meiner Hand! Ich müsste nicht wirklich Fan sein. Ich mag beide nicht so. Komm schon! Mach schnell! Greif nach der Hand. Schaffen wir es noch, Angela zu retten? Angela, da brauchst Hilfe! Ich will, dass alle überleben. Okay. Easy. Okay. Okay, das war eine ganz knappe Nummer. Wir haben es gerade so geschafft. Puh. Nochmal gut gegangen. Also, ich habe ja das Ziel, dass jeder überlebt. Ich will es schaffen, dass jeder überlebt. Bis jetzt machen wir uns, glaube ich, ganz gut. Puh. Das war wirklich sehr knapp für Angela. Fast ereilte sie ein Schicksal schlimmer als der Tod. Nicht, dass der Tod besonders schlimm wäre. Sehr gut. Noch keine Seele verloren. Das hätte anders sein können. Ha. Ja. Bedenkt man, dass die Lage nun ernster scheint, könnte die Pistole ein Lebensretter sein. Ja. Nicht wahr? Ja. Oder auch das Gegenteil. Andrew verschweigt es, wie klug, zuerst auf sich selbst achten. Stimmt's? Die Jungs haben da interessante Ideen. Oder glauben sie lieber an Daniels Theorie? Und sie sind bereits tot. Mein Traum fuhr nach dem Leben fort. Oh, da begann erst meiner Seele Sturm. Mich setzte über die betrübte Flut der Grimme Fährmann, den die Dichter singen, in jenes Königreich der ewigen Nacht. Es ist möglich, denke ich. Vielleicht weiß der Busfahrer ja etwas. Wo ist der Busfahrer? Da können gerade alles sehr wirr vorkommen. Ja. Doppelgänger, Hexen, Geister, Tod und Dämonen. Ja, alles verwirrt. Was könnte bloß all diese Seelen verbinden? Wir werden es herausfinden. Scheint wohl so, oder? Mir wurde Befugnis erteilt, Ihnen einen Hinweis zu geben. Bereit? Äh, ja. Also schön. Er suchen wir doch den Dichter erneut um seine kryptische Inspiration. Ich traf ihn einmal, wissen Sie? Ich treffe Sie alle einmal. Akt 5, Szene 1. Kleomenes bittet Leontes, sich seine Schuld am Tod Hermiones zu vergeben. Tut's dem Himmel gleich, vergesst Geschehenes. Und wie er, verzeiht euch selbst. Das war der Hinweis. Ah. Dann weiter. So grausig es auch sein mag, sie sollten fortfahren. Ja. Danke für den Tipp, Bruder. Jetzt bin ich ja so viel schlauer als davor. Habt ihr es verstanden? Also wenn ihr den Tipp verstanden habt, schreibt es mal gerne unten in die Kommentare. Was das gerade zu bedeuten hatte. Ohne Spoiler aber bitte. Halt! Was in aller Welt war das? So was hab ich noch nie gesehen. Es war wie in einem Albtraum. Habt ihr das Ding gesehen? Eine Art Zombie. Der schlaffene Mund, diese, diese toten Augen. Was immer es auch war, es ist weg. Um ein Haar hätte das Ding mich erwischt. Es war so knapp. Es war ein Riesenschreck für dich. Uns alle. Aber wenigstens sind wir entkommen. Ja. Stimmt wohl. Ihr habt mich im Stich gelassen. Ich hab mich selbst gerettet. Weiß auch nicht. Hat mich selbst überrascht, wie ich meinen Arsch gerettet hab. Ganz kurz, es tut mir ein bisschen leid. Oh, da aktualisiert sich was. Es tut mir übel leid, man. Ich hätte mich für Angela entscheiden sollen. Nicht für ihn. Weil ich mag ihn eigentlich gar nicht so. Ich hab's schon von Anfang an gesagt. Ich find das irgendwie, ich find ihn weird. Ich hätte mich für Angela entscheiden sollen. Aber immer in dieser schnellen Situation, da handle ich manchmal blöd. I'm sorry. Das Ding, was auch immer es war, ist noch da draußen. Das war stupid von mir. Vielleicht verfolgt es uns schon. Ich mag beide nicht so. Aber Angela ist cooler als er. Ich trug Ketten. Warum hab ich mich für ihn entschieden? Es ist zum Glück nichts passiert. Es ist zum Glück nichts passiert. Ich hätt's mir nicht verzeihen können, wenn Angela jetzt deswegen gestorben wär. Genau wie die Frau, die ertrunken ist. Lieber er als Angela. Das kann kein Zufall sein. Habt ihr gesehen, was mit Taylor und Daniel passiert ist? Sie können nicht weit sein. Oh oh. Ja, aber ganz schnell. Dann spielen wir gerade Angela. Es ist noch da hinten. Ey Angela, nochmal ganz kurz. Es tut mir wirklich leid, was passiert ist. Ich. Tief im Herzen wollte ich mich eigentlich für dich entscheiden. Ich hab bloß nicht nachgedacht, weil ich so gestresst war. Können wir weiter? Ich fühl mich hier nicht sicher. Ja, das machen wir. Oh, warte mal. Gehen wir rechts oder links? Gehen wir mal ganz kurz rechts. Ja, da ist doch was. Hier liegen Thomas Wyman, Gouverneur und Friedensrichter. Verstorben am 30. Juli 1701 und seine Frau Mary Wyman von uns gegangen. Februar 1699. Gibt es hier noch was? Was hat er gesehen? Er schaut sich ja auch einfach nur einen Grabstein an. Okay. Hier vorne geht es dann wohl raus. Aber wir können doch ganz kurz nach da hinten laufen. Schauen, ob da noch irgendwas ist. Aber es ist interessant. Also hier scheinen die Straßenlaternen auch noch zu leuchten. Wir müssen hier weg. Weg von diesem Biest. Ja, das kannst du laut sagen. Ich wollte trotzdem nur ganz kurz gucken, was hier geht. Na, weil da vorne noch was ist. Wer ist das? Hier liegt Abraham Alistair. Verstorben am 13. Februar 1699. Factum theory in factum non protest. Factum theory. Keine Ahnung, was das heißt. Kommen wir wieder am Eingang aus. Was sind wir denn hier jetzt? Ne, es geht immer weiter hier im Friedhof. Ich weiß nicht, ob das so eine große Rolle spielt, was ich hier gerade mache. Aber wir können uns hier Grabsteine anschauen. Ich meine, vielleicht liegt hier halt irgendwo was. Ja, guck mal, hier liegt doch irgendwas, oder? Ja, seht ihr? Okay, und was ist das? Ein Sonnenglücksbringer. Ja, es ist nie verkehrt, sich immer ein bisschen umzuschauen in solchen Spielen. Auch wenn es für den einen oder anderen manchmal langweilig ist. Oha, wie viele! Macht das manchmal einfach Sinn. Denise F. Clark 29. April 1951, 16. Januar. Geliebter Sohn und Bruder. Warte mal, Dennis Clark? Das ist die ganze Familie Clark wurde hier begraben. Ist die Familie Clark, sind das nicht die, die wir am Anfang gespielt haben? Ja, ne? Ja, das sind die. Beeindruckend, dass noch jemand dieses Grab besucht. Ist so, gell? Das sind einfach frische Blumen. Ja, das ist die Familie, wo ganz am Anfang war. Falls ihr euch noch erinnert. Liebevolle Mutter. Ist ganz am Anfang, wo die Tragödie war, wo alles gebrannt hat. James. Das war der Vater. Und noch den ganz rechten Grabstein anschauen, haben wir gerade noch nicht angeschaut. Es hat sich doch gelohnt, nochmal kurz hierher zu kommen. Und das hier anzuschauen, weil... Megan R. Clark. Ja. Das war, glaube ich, das kleine Mädchen, gell? Da bin ich ja auch gespannt, was es damit auf sich hat. Ob wir dazu noch irgendetwas erfahren. Okay, dann sind wir hier eigentlich soweit durch. Dann können wir jetzt runter zum Eingang gehen. Interessant auf jeden Fall. Boah, ich will unbedingt wissen, was jetzt hier los ist. Warum gibt es Doppelgänger? Warum gab es die in einem früheren Leben schon mal? Sind die vielleicht wirklich schon verstorben? Und die sind jetzt nur noch Geister. Warum kommen hier immer noch Leute an diesen Friedhof hin und bringen frische Blumen? Oh, ich will das alles wissen. Ich will alles wissen. Und ich hoffe, dass wir es früher oder später erfahren. Ich bin ja so gespannt. So, jetzt gehen wir hier zum Ausgang. Ist das immer noch Teil vom Friedhof oder sind wir jetzt raus? Wir sind raus. Oh, oh. Oh, oh. Bloß weg von der Brücke. Je mehr Abstand wir zwischen uns und dieses Ding bringen, desto besser. Ich wette, Daniel und Taylor denken das Gleiche. Oh, oh. Verstecken, schnell! Wie verstecken? Wir haben uns doch schon gesehen. Oh, oh. Was hat es mit ihm auf sich? Eigentlich ist er doch nett. Er taucht halt immer auf und das ist merkwürdig. Wir hätten ihn eigentlich auch ansprechen können, indem wir Lärm machen. Aber gut. Gehen wir ihm besser aus dem Weg. Abschluss ist der einfach korrekt. I don't know. Was hat die Frau gesagt, bevor sie sie ertrinkt haben? Das Mädchen muss gestoppt werden. Sie meinte, die Hexenprozesse stoppen, richtig? Das ist doch das Haus. Oder täusche ich mich? Ich sehe mich drinnen um. Oh, oh. Oh, oh. Es folgt uns. Und an dieser Stelle würde ich sagen, beenden wir die heutige Episode. Wow, das war spannend. Also so langsam bekommt dieses Spiel schon so ein bisschen Schwung. Also man muss auch ehrlich sagen, dieser eine Jumpscare, wie dreist war bitte dieser Jumpscare, als ich da gerade dieses Ding durchgelesen habe und auf einmal dieses Telefon klingelt und alles. Also das war schon, der war richtig dreist. Das war einer der heftigsten Jumpscares und dreistesten Jumpscares, die ich je erlebt habe, was Horrorspiele angeht. Ja, Freunde, das war's mit Episode 3. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, schreibt sehr gerne unten in die Kommentare. Und ich bekomme immer mal wieder die Nachricht, wo Leute sagen, ey Dennis, mach doch mal einen separaten Gaming-Channel, wo du auch noch andere Spiele und so weiter spielst. Ich habe tatsächlich schon mal darüber nachgedacht, aber aktuell hätte ich einfach gar keine Kapazität und Zeit dafür. Weswegen einfach immer montags die Horrorgames hier kommen. Jeden Montag ein weiteres Horrorgame oder in dem Fall jetzt, wenn wir ein Let's Play aufnehmen, natürlich jeden Montag eine weitere Episode. Deswegen für die Leute, die fragen, wann kommt denn Episode 4 von Little Hope, wann geht's weiter? Nächsten Mon... Nächsten Monat. Nächsten Montag, also genau in einer Woche, wieder um 17.30 Uhr. Und in dem Sinne bedanke ich mich natürlich wieder herzlich bei euch. Danke fürs Einschalten. Hat mir sehr viel Spaß mit euch gemacht. Ich hoffe, ihr habt euch auch ein bisschen gekruselt. Und schreibt gerne mal unten in die Kommentare, ob ihr euch auch an dieser einen Stelle so erschrocken habt, wie ich mich. In dem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Zudem möchte ich mich an dieser Stelle wieder bei meinen Patreon-Mitgliedern bedanken, besonders der Stufe 2 und 3. Und das wären Alina Eisentraut, Andy1323, BibiSpookyGamerGirl, CX, Sensa, Dave, MajorKai, Michael F., Patrick & Jenny2017, Pyrojan95, RaxiTV, Saskia Pfeiffer, Sonner Ümit, Chakir, Tonbi27, Jakobi, Totti, Botti, Verena, Albarer, Yasuo-Chan, Yvonne, Aliyokto, Angelina R., ASMR, Ruby, BubsyButterfly, Brody'sRainbow, Claudia Stetter, Daniel, Daria, DG85, Erin, Blue, Ella, Enga, Fabienne, Janica, Wirsching, Fluffy, XO, Gaba192, Giuseppe Corrado, GoHard, YannickPeters, JenniferKark, JennyDo, JoAnne, M., JoelSchnell, Kai, Kassi, Kilian, KimS, KK, 1987, QRapK, Lea, LilPeep, Part1, Madia, Ahmed, Mandy172, MarkusPyrasch, MarkusHübner, MatthiasHM, Max, MaximilianHanke, Maya5000, Michael, MiraJane, NancyKoch, NecroV1, NicoHund, Nini, NoahJones, Leitenbauer, NW, SHTZ, Pasi, Philipp, Release, Rick, Sangis, Angelus, Sina Beck, Cindy Waschke, Struppelhaar, Susi Nowakovic, Sven Schulz, Thiago Fernandes, TomKar, Xenia, Yolandi, Neko, Kati, Zephi Rau und ZeroHour. An dieser Stelle natürlich wieder vielen, vielen Dank für euren Support. Ich bin euch unglaublich dankbar.